Hallo meine Abonnenten! Auf meinem Kanal wird sich einiges tun, da ich mich hier nun komplett auf den Landwirtschaftssimulator 2015 und folgende Version konzentrieren werde. Mit Minecraft und anderen Let's Plays werde ich auf meinem Let's Play Kanal durchstarten. Den Link zum Kanal findet ihr in der Videobeschreibung. Mit Facecam werde ich in Zukunft meine Videos attraktiver gestalten. Wollt ihr, dass die Mod-Reviews mit Facecam gemacht werden, dann schreibt es mir unter das Video, das ich hier gerade drehe. Mein Plan für den Landwirtschaftssimulator Kanal, also diesem hier, wo das Video veröffentlicht wurde, jeden Tag ein bis zwei Mod-Reviews hochladen von verschiedenen Mods, die entweder mir gefallen oder euch. Und ihr dürft per Google Docs Dokument mir Mod-Links schicken bzw. mitentscheiden, welche Mods es verdient haben, in meine täglichen Mod-Reviews vorgeführt werden. Seid ihr selbst Modder bzw. könnt selbst Fahrzeuge erstellen und möchtet, dass diese vor einem großen Publikum vorgestellt werden, dann könnt ihr das ebenfalls in das Google Docs Dokument, welches in jedem neuen Video in der Beschreibung steht, reinschreiben. Let's Plays vom Landwirtschaftssimulator werden natürlich ebenfalls auf diesem Kanal hier erscheinen. Außerdem wird es bei Interesse eine wöchentliche Twitch-Übertragung geben, in der ihr mitspielen könnt. Mit einem Daumen nach oben zeigt ihr mir, dass ihr die Idee gut findet. Ich freue mich auf die neue Serie von Mod-Reviews und hoffe, dass diese bei euch gut ankommen. Falls ihr noch kein Abonnent von mir seid, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir ein Abo dalagt. Außerdem findet ihr mich auf Twitter und Facebook. Die Links dazu stelle ich euch ebenfalls in die Videobeschreibung. Hiermit sage ich Ciao, bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video.